Das war klar und eindeutig. Ja. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie mir ohne großes Drumherumreden reinen Wein eingeschenkt haben. Naja, persönlich habe ich ja nichts gegen Sie, aber ich kann immer nur wiederholen, irgendwann muss das Problem ja gelöst werden. Und ich bin fest dazu entschlossen. Ja, das sehe ich. Wie bitte? Ich meine, ich sehe, dass Sie fest entschlossen sind. Babs! Babs! Noch ein Bull! Na ja, Sie müssen doch zugehen, dass diese ewigen Verspätungen kein Dauerzustand sind. Tja, ich bin gezwungen, dagegen vorzugehen. Mit allen Mitteln, ja? Mit allen Mitteln. Haben Sie Feuer? Ja, Augenblick. Tut mir leid, hab kein Feuer. Schade. Dann muss ich ja meine eigenen Streichholzer holen. Ich habe ja gar keine. Ja. Ich gehe jetzt schwimmen. Tschüss, Opa. Tschüss, mein Süßen. Wiedersehen, Herr Springer. Wiedersehen, Frau Jansen. Passen Sie auf, dass Sie nicht ertrinken. So viel Wasser hat der ganze See nicht. Oh, ein schönes Brot. Ich sehe gar keins. Nicht? Naja, gehe ich halt. Tja, dann trinken wir mal noch einen, der Wein warm wird, nicht? Das ist eine gute Idee. Ex. 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 Wohlbekommens. 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 Untertitelung des ZDF, 2020